Es sieht fast schon golden aus. Ich finde es passt voll. Es sieht so aus, als hättest du auch einen Helm auf. Ja irgendwie fast, ja. Ja das stimmt. Sieht fast so aus. Ey das passt zu mir, diese Rüstung. Ich brauche Holz, ich brauche Holz, ich brauche Holz. Oh mein Gott, ich bin so schnell, wenn ich renne. Ja? Ah was? Weg? Ey das ist ja geil. Und ich sprint jetzt eigentlich sozusagen die ganze Zeit. Mhm, das kann schon sein. Ey und ich jump auch so hoch. Wieso denn das? Autsch, ich nehme aber Schaden dafür. Ah ja, das hast du noch nicht eingebaut. Ey, aber wieso jump ich so hoch? Das ist normal. Hast du erst noch etwas von der Quantum Rüstung? Ich habe gar nichts mehr von der Quantum Rüstung. Okay. Wie ist das Sven? Sven, schau mich an. Wow, ich kann auch hinter sich so schnell rennen. Warte, warte. Warte, warte. Hau das wegen dem Jetpack. Ich bin rosa, schau. So rosa bis jetzt nicht. Ist es gut so? Warte, ich komme zu Sven. Sven. Warte kurz. Geht das? Kann ich das so machen? Warte. Warum wird das nicht direkt ins System geleitet? Okay, ne, so geht das nicht. Hm. Ich finde, du solltest schon rot vielleicht haben, das würde passen, weil wir schon grün und gelb haben. Ganz rot. Und dann noch so ein rot. Ja, eben aber nicht, dass ganz rot ist. Vielleicht was... So, kannst du machen, dass du so ein bisschen... Ne, ey, es ist... Ich... Ist voll schwer, aber heller macht. Wenn man es heller macht, dann ist es ja... Dann kommt ja rosa eigentlich raus. Ja. Ich bin schwarz, man. Ich mach es schwarz. Oder nicht ganz schwarz, oder was man noch ein bisschen so... Ja, zu schwarz. Ich finde jetzt schwarz nicht ganz so gut. Ne. Mach es ein bisschen heller? Geht das? Ne, ist ein bisschen doof. Violett? Das ist jetzt grau. Oder ist das auch nicht normal, oder? Warte kurz. Ich finde nämlich jetzt das graue... Okay. Ist das jetzt das Dings davon? Ist das schon wieder? Ich weiß nicht, wie das heißt. Was? Äh, Citizen-Show-Style. Citizen-Show-Style. Ich mach einfach gelb. Ich hab aber schon gelb. Nein, das ist nicht gelb. Das ist... Schau mal. Man sieht einen leichten Unterschied. Du bist ein Nahmacher. Ey, ich mach mein Blau wieder. Ich finde das Blau cool, eigentlich. Oder mach ein anderes Blau. Es ist kakao. Ja, okay, warte. Warte. So, das Blau. Nein. Ey, warte, warte. Was? Wieso flieg ich? Ja, weil du ein Jetpack drin hast. Und man kann denn einfach in der Luft so bleiben? Ja, und dort, wo du hinschaust, dort fliegst du auch hin. Das ist ein bisschen... Autsch, ich bin jetzt ziemlich verworrenbar. Sven, wie ist dieses Blau? Ich hab grad... Meine Rüstung ist eigentlich... Siehst du das Blau? Ist das hier? Zu dunkel, ne? Ja, irgendwie schon. Und ich finde auch, vielleicht solltest du dort ein bisschen rot oder irgendwas noch so rausnehmen. Ich weiß nicht, woran es liegt, aber... Es gibt sicher ein ziemlich schönes Blau. Oh, Türkis. Ich könnte Türkis sagen. Ja, okay, dann halt irgend so Türkis könnte schon noch gehen. Das vergrötert sich einfach. So, hier. Also, du schlagst mich einfach. Ich lerke dich nicht. Wie ist das hier? Wirklich nicht? Nein. Okay, wie ist das hier? Das ist eigentlich wie vorhin? Ja, ich behalte das jetzt mal. Nein, was hat das? Oh. Haben wir noch so ein Hologram? Nein, haben wir nicht. Können wir noch so ein Hologram machen? Wohlu? Du hast es einfach gemacht, ne? Boah, ich brauche unbedingt noch Rüstung, weil... Oh, was? Ja, das... Ich bin jetzt ziemlich verwundbar. Ich habe jetzt nichts... Du kannst auch den Schock-Absorber machen. Was? Schock-Absorber. Heißt das? Ach, Schock-Absorber. Ja, genau. Alter, wenn ich Schaden einfach nehme, ist so krass. Ach, Schock-Absorber. Okay, ich meine Schock. Ups, das ist nicht so. Hä? Wie schreibt man das? Das... Nein, das ist im Tinkertable. Mit diesem Tisch da, weißt du. Komm mal nach hinten. Ja, komm. Warte kurz. Komm, wir gleich. Nur keinen Spun. Ja. So, ich mache mir jetzt noch Night Vision rein. Also, dann brauche ich das Chat-Back jetzt mal, Armin. Oh, Night Vision... Night Vision ist voll geil. Wieso? Weil du dann alles in der Nacht so siehst wie, äh, im Tag halt. Also, man kann im Fall die Rüstung, äh, auch in der HV-Bensch einbauen, ne? Äh, äh, Auflagen, meine ich. Das ist Wissen, ne? Gehört? Hm? Ja. Ah! Ah! Nein! Verdammt. Wieso bist du wieder zurückgegangen? Verdammt. Ey, verdammt, ich bin auch zu sehen jetzt. Ey, das liegt an dieser Rüstung, man. Was? Alter, das mit dem Laufen ist jetzt so komisch. Man fliegt dann plötzlich einfach oder so. Ja, ich finde es auch nicht komisch. Ja, das bin jetzt nicht ganz so gut. Ich, ich, ich wollte zurücklaufen, bin ich eigentlich auch, oder bin ich plötzlich bei der Deckung um festgehangen. Ah, ich... So ein Scheiß. Ich weiß nicht, ob man das irgendwie ausschalten kann. Das wäre jetzt nicht passiert. Mann. Ich weiß nicht, ob man das irgendwie ausschalten kann. Lol, hier oben hat es einfach einen Redstone zerstört. Das nervt mich nämlich. Ja, die Rüstung, also ich finde es jetzt irgendwie auch ein bisschen nervig. Ja, das Jetpack? Ja, das... Ne, die... Das Jetpack. Ohne Scheiß. Das... Das ist so macht, Alter. Das ist so scheiße. Das lässt sich... Ja, okay, du kennt es hier. Und man kann jetzt, ey, man kann jetzt nicht mehr richtig Treppensteigen. Kommt das an. Wenn du die Flycontrol aus dem... Komm mal an den Table. Ach, da war man fliegt so schnell. Ey, das ist so übertrieben schnell, aber man fällt auch. Sven, aber wenn du zum Table gehst und die Flycontrol ausbaust... Dann ist es weg. Aber... Ach ja. Wie 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 Flycontrol finde ich es besser, weil... Ja, nur wenn man es irgendwann beherrschen kann, dann ist es schon ziemlich gut. Wenn du fliegst, dann ist es schon geil. Ja, aber man fliegt dort hin, wo man schaut, ist auch ziemlich gut. Ja, eben. Man kann dann in der Luft einfach stehen bleiben, das ist auch geil. Das geht auch nicht. Ich muss es natürlich mal wieder reparieren, oder? Das geht auch nur mit Flycontrol. Sven kann natürlich nicht reparieren, was er kaputt gemacht hat. Ich könnte, ja. Aber er will nicht. Das geht gar nicht, ob ich will oder nicht. Sondern? Ich habe jetzt überhaupt nicht dran gedacht. Ja, 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 ja. Nein, so. Ja, wirklich. Alter, okay, aber... Ja, es hat schon einen ziemlich coolen Effekt, dass man einfach so in der Luft einfach so stehen bleiben kann. Kann man... Aber... Man muss sich nur ein bisschen bewegen und... Ah, gut, das kommt immer drauf an, wo man hinschaut. Ja, schon so. Immer nach unten schaut und sich dann bewegt. Ach, nee. Okay, ah, ich muss auch werden damit. Ich hoffe, es hat nicht mehr beschädigt, als ich jetzt wieder repariert habe. Hm, sollte jetzt alles wieder gut sein. Ich würde eigentlich jetzt... Kann ich eigentlich jetzt machen, dass ich die Rüstung habe. Also... Das möchte ich eigentlich ziemlich gerne jetzt mal machen. Ah, ja. Dann brauchst du, äh, Force Field, äh, Mitte. Viel Spaß. Ne, warte, wie viel brauchst du? Du hast ein Glück, glaube ich. Oder vielleicht... Wieso? Ich glaube, im System sind noch Advanced. Ja. Es sind Advanced Silk wird noch in, äh... Nein, brauchst du gar nicht dafür. Doch. Doch brauchst du. Du brauchst 4 Advanced Silk, der Rest ist einfach... Force Field. Advanced, also 5. Ja, okay. 4 braucht's. Nice. Gib einfach Force Field ein. Ach, genau, Force. Ja, genau. Force... Was... Was wollen wir eigentlich den Booten oben machen? Ach, Force... Haben wir noch Sol erneut? Äh... Vielleicht im System. So... Ja, eine. Und jetzt noch Force Field, ne? Ich brauch zwei... Ich brauch aber noch... 4 Sol erneut. Dann... musst du den machen. Anders geht's nicht. Okay... Mach ich... noch Wires? Ja. Ah... Force Field. Also Force Field Filter. Nein, ein Meter. Oder wie? Nein, ein Meter. Okay. Ähm... Mh... Wire... Okay, ich... Wieso... Fein Copper Wire? Nein, nein, nicht Dieter. Dann drin, ne? Wie macht man schon wieder Sol erneut? Sol erneut? Sol erneut... Blau oder... Nein, blau ist scheiße. Ja, nicht so... Aus mehreren Farben. Wirklich? Ja. Oh, das ist aber kacke. Alter, wir machen den Raum nicht offen. Das weißt du, ne? Ja. Mach mal blau, rot, schwarz. Blau. Gelb vielleicht noch. Grün. Einfach verschiedene Farben. Ja, blau ist aber scheiße. Wieso blau? Weil blau, äh... haben wir ja nicht genug Lapis. Haben wir nur... Ach, Enderperlen. Dann nimmst du von mir aus kein Blau. Warte, geht Indigo? Indigo Flower? Was geben die für eine Farbe? Scheiße, du brauchst ja noch Ender... Ich brauch noch Enderperlen. Kannst du machen. Fall. Auch zum Gekatzt noch. Ah! Indigo Die. Ist blau. Warte... Hat jemand... Ah, weißt du was, ja. Dreck mich. So, ich hab ihm die Scham haben geklaut. Also wie viele, äh, Farben? Rot noch, oder? Wo sind jetzt meine Solenoids? Ah, da sind sie. Hast du sie genommen? Ja. Klaute einfach mal das Solenoids. Ja. Hm. Hat's hier drin... Ach, ah, jetzt noch... Nur noch ein Solenoids. Ja, der ist... Das brauch ich gerade. Solenoids. Ey, wer hat das jetzt genommen? Sven? Ach, danke. Hm. Gut, äh, jeder... Kann ich von euch noch schnell die Brustplatte haben. Aha. So. Machst du das? Für was? Oder wie? Gib mir den Gleiter. Jo. Gib mir den Gleiter. Ja, mach... Wieso, wieso willst du das machen? Ja. Okay, hier. Brauchst du aber noch Sven's. Alter, wenn ich Solo... Wenn ich Solo Knight entgebe, kommt einfach nix. Ach, hier. Solenoid. Ah, Solenoid. Ich hab Solo geschrieben. Solenoid. Nein. Ey, Sven. Ey, warst du schon mal fliegen? Komm mal raus. Komm mal mit. Wieso? Ich hab... Ich hab dir ja schon alles eingebaut. Ach, ich hab die Brustplatte gar nicht an. Wow, wieso bin ich so schnell? Du fliegst dorthin, wo du hinschaust, ne? Dass du siehst... Ach, du bist... Ja, du musst mal... Wenn die jetzt, äh... Ey, wie... Ey, wenn du... Ey, wenn du einfach so gegen... Nach oben schaust und dann einfach so wehdrückst und fliegst du einfach nach oben. Einfach so. Sag. Mach mal die... Mach mal das Sichtfeld auf Quake Pro. Es ist schon ein bisschen komisch. Irgendwie. Zum Beispiel, wenn du an Treppen steigen, ist ziemlich komisch. Ja. Vor allem das Bewegen. Man geht Dings immer ein bisschen nach unten. Hm? Ne, wenn du noch... Achso, wenn du... Von Trappen, wo du hinschaust. Wtf, wieso habe ich jetzt einfach plötzlich... Glider Wings? Oder... Oh nein, Glider. Hab ich auch. Glider Wings. Plötzlich einfach so. Und landen tust, indem du einfach auf den Boden schaust, ne? Ich hab noch Night Vision drin. Das ist irgendein sehr komisch. Ja, aber es ist halt schnell. Darum geht nichts geil. Komisch ist es ja. Sven, was für Farben eigentlich schon wieder alle? Hast du gesagt? Sven. Ah, ich? Ja. Schwarz, Rot, Gelb, Grün, Blau, was auch immer. Haben wir eigentlich hier irgendwo noch, äh... Ah, hier Tinte Fischer. Sehr gut. Äh, was wollte ich jetzt eigentlich machen? Ach, ich mach mal ein bisschen am Haus weiter. Scheiße, ich... Also wenn du die Schock... Boah, ey, wirklich! Ich kann damit den sich nicht umgehen. Sie sind sehr komisch. Ich bin im Moment auch noch nicht, danke ich. Ich glaube ich... Ich baue das vorerst mal wieder aus. Oder... Ja, ich habe auch so das Gefühl, ich brauche es nicht. Setzen wir doch die Quantum Rüstung wieder auf. Ja, schon klar. Wieso hast du es so schnell gemacht? Hä? Wieso hast du es so schnell angeschauten? Ach, deswegen ist es so komisch. Also war es schnell, das Chatpack? Ja. Keine Ahnung. Keine Ahnung. Cool. Ach, du hast sie mir gegeben. Ach, du hast sie mir gegeben. Ach, du hast sie mir gegeben. Deswegen habe ich die gehabt. Cool. Danke. Ähm, was wollte ich gerade noch mal holen? Jetzt habe ich es vergessen. Ich bin müde. Ich merke es. Äh... Hm. Fuck. Jetzt weiß ich es wirklich nicht mehr. Ah, Mann. Was wollte ich holen? Ich weiß es nicht. Oh Gott, reg' ich das jetzt gerade auf. Ach, genau. Holz. Oh Gott, mein Gehirn ist am Arsch. So. Ich gehe hinten mal ein bisschen Holz produzieren. Ich tue das. Gut, was jetzt machen? Ja. Hm. Hm. Meine Quantumrüstung kann ich jetzt eigentlich auch vorerst mal in das System legen. Das wäre geil, wenn man auch, wie beim normalen Jetpack, nur mit Leertaste fliegen würde. Hm. Aber, ja, wenn du Flight Control rausmachst aus dem Helm geht's. Also, Flight Control ist eigentlich schuld, nicht das Jetpack. Wirklich? Ja. Ja, locker. Hast du das nicht früher gesagt? Ich hab's jetzt gesagt. Wohl, ich lass' mein Jetpack jetzt auf 90. Das fühl mich eigentlich recht gut. Das nervt mich ja auch nicht groß. Du fliegst gar nicht so schnell eben an die Decke auch. Oh, endlich. Ey, ey, ey. Wir können eigentlich wieder mal pennen gehen, sag' klar. Oh, ich hab' endlich das Force Field, ey, netter. Du brauchst vier davon. Was? Alter. Hast du's auf 90 jetzt, wenn, oder? Oh, Gott. Lol. Hm? Auch geil. Was, lol? Ja. Yeah, dieser Beat, Mann. Mein Grafiktreiber hat sich aufgehängt. Hm. Äh, wie macht man, äh, Minium Stone? Alter, wir haben schon Minium Stone. Mit Art of Minion, oder? Wir haben schon Minium Stone. Ja, nur einen. Ja, wir, du brauchst nicht mehr. Der verbraucht sich ja, wie du siehst. Äh. Wolle und Surge. Ach so. Ja, das ist ja krass. Was wolle? Für'n Schock-Cup-Server. Oder was? Mhm. Okay. Haben wir Servo-Motoren? Nein. Wollen! Eben nicht. Okay, ich mach uns ein paar. Na, gut. Gut. Gut, hey, die. Und dann noch, ey, grün, hast du gesagt. Green. I need some iron. Iron. Was für'n grün eigentlich? Was für'n grün eigentlich? Grün, hast du gesagt. den Ton, der gleich wie der Kaktus, das Kaktusgrün hat? Oder? Ja, in etwa. Nein, äh. Hellgrün, also Leime. Okay, warte. Ah, äh, Leime-Dye. Barbon-Mil noch. Okay. Okay. Okay.